Musik Moritz hält Knie auf Bauch. Ein Knie auf den Bauch, das Knie zeigt zur Decke, eine Hand auf die Schulter, die andere Hand auf den Gürtel, an die Hüfte. Wenn ich mich bewege, bewegt sich Moritz hinterher. Dabei bleibt sein Po tief. Befreiung. Um hier rauszukommen, muss ich sein Knie wegschieben. Ich drehe mich zu ihm hin und schiebe mit beiden Händen das Knie von mir herunter. Nun mache ich Schrimps nach hinten weg und bringe Abstand zwischen uns beiden. Ilelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele distributed. ILLELELE! Untertitelung des ZDF, 2020